Herzlich willkommen, meine Lieben, zum Hochzeits-Podcast von Sarah Mehl. Hallo. Heute sprechen wir darüber, wenn du wenig Zeit hast oder ihr wenig Zeit habt und schnell eine Hochzeit planen möchtet. Und da haben wir eine kleine Check- oder To-Do-Liste vorbereitet für euch. Wenn wirklich nur noch wenige Wochen davor bestehen, bevor die Hochzeit stattfindet, dann haben wir hier ein paar tolle Tipps für euch. Als erstes setzt euch die Prioritäten. Was ist euch wichtig? Was wollt ihr gerne? Was wollt ihr gerne nicht? Vielleicht wartet ihr schon auf Hochzeiten, vielleicht könnt ihr das ein bisschen priorisieren, was ihr gut findet, was ihr nicht so gut findet. Und das quasi setzt ihr dann um für eure Hochzeit. Ja, und dann solltet ihr auch direkt über einen groben Tagesablauf sprechen. Was ist euch da wichtig? Was plant ihr? Wie soll alles an einem Tag stattfinden? Möchtet ihr Standesamt an einem anderen Tag machen oder wenn ihr den Standesamt-Termin nicht mehr bekommt, seid ihr da offen für zwei Tage, dass ihr da schon mal grob vorher drüber geredet habt? Genau. Was natürlich jetzt schwierig ist, der Tipp ist natürlich, Standesamt so früh wie möglich zu kontaktieren. Aber wenn ihr natürlich spontan heiratet oder wirklich wenig Zeit habt, ist das schwierig. Das wissen wir. Aber trotzdem, der Tipp, probiert es so auf jeden Fall dann auf der To-Do-Liste sehr weit oben zu setzen, das Standesamt schnell kontaktieren. Die Papiere, die ihr quasi einreicht, die sind bis zu sechs Monate gültig, da habt ihr noch ein bisschen Zeit. Aber dennoch versucht möglichst schnell einen Termin zu vereinbaren. Genau, denn ihr braucht ja den Termin vielleicht für den Ort der Trauung, es sei denn, ihr plant eine kirchliche oder freie Trauung. Aber was auch immer, den Ort der Trauung, welchen Ort ihr da auch immer machen möchtet, den so schnell wie möglich reservieren, weil eigentlich könnt ihr erst dann auch die Einladung fertig schreiben. Genau. Apropos Einladungen, wenn es so schnell gehen soll, dann erstellt ihr vielleicht eine digitale Einladung und verschickt ihr dann per Mail oder per WhatsApp oder was auch immer halt digital heraus. Das geht halt auch auf schneller. Genau, und das müsst ihr auch gar nicht selber gestalten, da könnt ihr Einladungen googeln und diejenigen, wie zum Beispiel Liebe auf Papier, die normale Einladungskarten zum Druck gestalten, die gestalten heutzutage auch digitale Einladungen. Das ist dann ganz hübsch. Dann könnt ihr euch da schon das Design online angucken und die sind auch ganz schnell im Design. Ihr könnt euch da was aussuchen und dann habt ihr eine hübsche Sache. Also das sieht auch bei WhatsApp sogar toll aus. Genau. Und da solltet ihr direkt mit reinnehmen, dass die Rückmeldung natürlich sehr kurzfristig erfolgen soll. Und direkt abfragen, wer kommt genau, also wie viele Personen, weil das braucht ihr später für die Location. Kommen die Kinder mit? Wie viele Kinder? Wie alt sind die? Vielleicht braucht ihr später eine Kinderbetreuung. Gibt es Allergien? Gibt es Wünsche wie vegetarisches Essen, vegan, solche Sachen? Und ihr habt ja schon grob über den Tagesplan nachgedacht. Werdet ihr einen Shuttle-Service anbieten oder nicht? Da braucht ihr auch die Rückmeldung, ob die Gäste das dann in Anspruch nehmen wollen oder nicht. Achtung, kleine Werbepause. Auf unserer Webseite findet ihr Geschenke für das Paar, für die Trauzeugen und für die Gäste und ihr könnt die sogar personalisieren. Das ist auch super für jeden Junggesellenabschied. Es gibt nicht nur T-Shirts, Hoodies, sondern alle möglichen Sachen. Schaut unbedingt mal rein. www.hochzeits-podcast.com Genau. Schaut gerne rein und jetzt geht's weiter. Als nächstes wäre es noch, den Vertrag mit der Location schnellstmöglich aufsetzen zu lassen, den Tagesablauf mit der Location zu kommunizieren. Was darf getrunken werden? Wird es nach Verbrauch abgerechnet oder gibt es eine Pauschale? Gibt es etwas härteren Alkohol, Longdrinks, Cocktails? So eine Dinge dürfen halt nicht vergessen werden. Genau. Und je detaillierter ihr diesen Vertrag von Anfang an macht, desto weniger Überraschungen habt ihr am Ende, was die Kosten angeht. Und desto weniger Termine habt ihr auch mit der Location. Am besten schreibt ihr euch auch alle Fragen, die ihr an die Location habt, immer direkt auf, sodass ihr möglichst wenig Termine mit der Location habt und dann schneller planen könnt. Ja, das ist ein guter Vorteil. Genau. Die Dienstleister. Ich würde die Dienstleister per E-Mail anfragen. Natürlich könnt ihr auch kurz mal anrufen und sagen, hey, ist der an der Termin noch frei. Aber danach würde ich auf jeden Fall eine E-Mail zurückschicken, weil ich finde es immer cool, wenn ich so zurück, die E-Mail zurückerhalte vom Dienstleister und sehe ich, okay, wie professionell kommt die E-Mail zurück, wie schnell ist er und was habe ich da für ein Bauchgefühl. Ihr könnt natürlich noch oder ihr solltet die Bewertungen lesen der Dienstleister und wie gesagt, könnt dann auch die Rückmeldung checken, wie professionell kommt es darüber. Viele bieten auch einen Videocall an, dass man sich mal kurz kennenlernt und dann solltet ihr auf jeden Fall auf euer Bauchgefühl immer achten, wenn irgendein Dienstleister, egal was, wenn irgendeiner euch absolute Bauchschmerzen oder Kopfzerbrechen machen, dann bucht die nicht. Also auch bei der Location gilt es auch schon. Keine Bauchschmerzen. Immer auf euer Bauchgefühl achten, genau. Und dann solltet ihr auf jeden Fall schnell entscheiden. Natürlich, es gibt immer noch einen Dienstleister oder noch einen Fotograf, der einen anderen Stil hat oder was auch immer. Aber ihr solltet dann einfach zu Potte kommen, weil je länger ihr wartet, desto weniger sind verfügbar und desto kleiner ist die Auswahl. Ja, und ihr baut ja auch unnötig Stress auf für euch selbst, wenn ihr wenig Wochen, wenig Zeit habt. Wenn ihr bei einem guten Dienstleister seid und ihr habt ein gutes Gefühl, würde ich direkt gleich unterzeichnen. Dann hast du die To-Do erledigt und kannst dann nach anderen Sachen planen. Ja, als nächstes ist Brautkleid, Anzug und Ringe. Die halt möglichst schnell bestellen, weil oftmals müssen die entweder noch produziert werden oder nochmal nachgeschneidert werden oder sonstiges. Du kaufst ja meistens nicht die Sachen von der Stange. Nee. Und das wird auch meistens unterschätzt. Also die meisten haben tatsächlich drei bis vier Monate Lieferzeiten. Wenn du dann also nur wenige Wochen Zeit hast, klappt das alles gar nicht mehr, sodass du da wirklich sehr, sehr frühzeitig unterwegs sein solltest für alles. Brautkleid, Anzüge und Ringe. Genau, dann ein Tipp von mir. Schreibt mal euren Tagesplan auf. Was macht ihr so den ganzen Tag? Und dann merkt man nämlich oft, ob noch irgendwas vergessen wurde. Also brauche ich vielleicht noch Musik zur Trauung oder wollt ihr noch einen Shuttle-Service engagieren oder sonstiges Entertainment, weil ihr merkt, oh, da habe ich noch Luft, da habe ich noch ganz schön viel Pausenzeiten. Da wäre doch irgendwas an Entertainment noch cool und vielleicht merkt ihr jetzt auch, dass ihr noch ein bisschen Budget dafür habt. Oder will ich vielleicht noch Häppchen einbauen nach der Trauung. Grundsätzlich sollte es für die Gäste nicht zu viel Stress geben. Also ihr braucht nicht zu jeder Stunde neuen Programmpunkt, das ist zu viel. Die wollen sich auch unterhalten. Also zu viele Sachen braucht man gar nicht. Aber andererseits sollten sie auch nicht stundenlangen Leerlauf haben. Wenn eure Trauung frühmorgens ist und am ganzen Nachmittag oder Mittag ist nichts geplant, dann ist einfach viel zu viel Leerlauf. Da entweder eine Pause einplanen, die man kommuniziert. Können sich die Gäste nochmal umziehen, was auch immer. Oder aber auf jeden Fall immer Speisen, Getränke bereithalten. Also nach der Trauung haben die Gäste auf jeden Fall Hunger. Ja. Alle sind ja irgendwie angereist oder hatten morgens Styling, hatten nur ein Frühstück. Ganz oft wird das Mittagessen ausgefällt. Es fällt bei allen aus irgendwie, weil man in irgendeinem Stress ist, anreist, sich umzieht, was auch immer. Also auf jeden Fall da immer was für den Hunger und für den Durst einplanen. Ja. Als nächstes kommt die Dekoration. Das ist wichtig zu beachten. Was wird benötigt? Was hat die Location vielleicht schon? Was sollte man selber noch mitbringen? Beispielsweise, wie sieht es aus mit den Blumen, Kerzen, Tischwäsche, Geschirr, Gläser, Stühle. Einfach nur, was wird noch benötigt in der Location? Das wäre der erste Punkt. Der zweite Punkt wäre, was noch zusätzlich benötigt wird. Also Sachen, die in der Location nicht vorhanden sind. Beispielsweise Schilder, Wegweiser, Menü- und Getränkekarten, Dekorative Hintergründe für Brautisch oder eine Fotowand. Im Prinzip alles, was quasi noch fehlt in der Location. Genau. Und dann sollte das grobe Konstrukt stehen. Also bei uns ist es tatsächlich immer so, dass wenn wir den Tagesplan aufgeschrieben haben, dann merkt man alles noch, alle Details. Wer fährt wohin? Wer geht wohin? Wer sitzt wo? Die Sitzplanung ist natürlich noch ein riesengroßer Punkt, den es zu machen gibt, wenn ihr eine Sitzplanung wollt. Ansonsten ein einfacher Punkt für die Sitzplanung ist, wenn ihr nur bestimmt, wer an welchem Tisch sitzt. Also diese zehn Leute sitzen an dem einen Tisch und die anderen zehn an dem anderen Tisch und ihr bestimmt aber nicht am Tisch selber, wer neben wem sitzt. Also wir machen dann immer nur ein Tischkärtchen pro Tisch. Da steht dann meinetwegen Tisch drei oder ihr gebt dem Namen, dem Tisch einen Namen, Tisch, was weiß ich, Tisch fantastisch. Und dann stehen unter diesem Tischnummer stehen die zehn Gäste, die dort sitzen und am Tisch selber ist Freiplatzwahl. Das nimmt euch echt den Stress zu entscheiden. Sitzen die Männer zusammen, sitzen die Frauen zusammen oder immer abwechselnd, aber eigentlich unterhalten die sich nicht so gut. Lass die Leute einfach selber entscheiden. Das ist schön. Würfeln die sich selbst zusammen. Genau. Und dann ist es in der Regel so, dass man nur den Brauttisch oder Hochzeitspaartisch, dass man da vielleicht genau sagt, wer jetzt neben einem selber sitzen soll. Das will man meistens selber bestimmen. Aber für die anderen sollen die sich dann selber den Kopf zerbrechen und sich natürlich einfach hinsetzen. Das klappt auch immer sehr, sehr gut. Und viele Gäste sind dann auch dankbar. Ja, können sich dann neben ihren Lieblingsmenschen hinsetzen. Ja, vielleicht sind sie auch schon ins Gespräch gekommen und dann setzen sie sich nebeneinander und freuen sich. Ja, genau. Ja, und als nächstes solltest du noch einen Notfallkoffer oder eine Tasche vorbereiten, weil für den Hochzeitstag selbst wird es halt sehr stressig und du solltest natürlich am besten vorbereitet sein. Deswegen ein, zwei Tage vorher alles schon vorbereiten, sodass du quasi nur noch die Tasche nehmen musst und dann zur Location fahren musst und alles dabei hast, als wenn du dann spontan alles packen müsstest. Jetzt habe ich noch eine lustige Geschichte. Oh, spannend. Einmal hat ein Brautpaar mit mir geheiratet und das waren zwei Termine, einmal die große Feier und das Standesamt war vorweg, woanders, an einem anderen Tag. Und bei diesem Standesamttag haben sie alles gepackt, sie hatten auch Kinder und sind los in ein Hotel, wo auch ein Standesamt außen, Trauort war. Genau, und dann wollten sie sich im Hotel schnell umziehen und dann haben sie gemerkt, der Bräutigam hat seinen Anzug vergessen. Oh nein, worst case. Und dann hat er, und es war keine Zeit mehr, dass irgendeiner den bringt oder holt, und dann hat er den Anzug von dem Schwiegerpapa bekommen. Und der Schwiegerpapa saß im Jogginganzug drin. Also es ist gut, wenn ihr euch alles griffbereit irgendwo hinhängt, das war der Tipp. Also ich rede mal, oder ich gebe euch noch einen kleinen Tipp von mir. Ich meine, wir oder ich als Hochzeitsdienstleister, als DJ, habt natürlich auch immer meine Kleidung dabei. Und es gab tatsächlich auch mal einen Fall, dass ich mein Hemd vergessen habe. Und seither mache ich das so, ich mache einen Tag vorher, mache ich wirklich, setze ich alles schon, lege ich alles schon so bereit, alles griffbereit und habe das quasi so, dass ich weiß, okay, in einer Ecke. Und wenn die Ecke dann, also in der Ecke ist alles, was ich brauche. Und ich weiß dann ganz genau, wenn die Ecke leer ist, dann habe ich alles. Also ich lege schon alles so hin, wie ich es halt brauche, direkt und nicht erst an dem Tag selbst. Das mache ich auch, das mache ich auch. Das ist, du hast so viele Dinge an dem Tag im Kopf, selbst als Dienstleister schon. Ja. Und deine Gedanken sind überall und deswegen am besten einen Tag vorher, das ist noch relativ entspannt, da kannst du noch klar denken, in Anführungszeichen, und dann lege ich alles schon bereit. Das machen wir auch, wir schreiben eine Liste, was wir alles mitnehmen müssen. Ja. Und manchmal fangen wir schon vorher an, die Ecke zu packen, wie du so schön sagst, weil wir haben ja auch viel Kleinkram manchmal. Ist auch okay, ja. Und spätestens einen Tag vorher ist dann da alles, steht und liegt da alles, ist alles fertig gebastelt. Ja. Also falls ihr auch alleine plant, so Sachen wie Tischkärtchen, die sortieren wir uns zum Beispiel schon vor, dass die Tischweise sortiert sind, weil ansonsten am Tag selber wirst du verrückt, wenn du dir noch da aussortieren musst. Wer sitzt jetzt wo? Weil wir kennen die Menschen ja nicht. Ja, richtig. Und dann liegt alles parat und wie du schon sagst, dann, wenn alles, wenn die Ecke leer ist, alles im Auto. Dann ist alles ins Auge und alles gefreut, ja. Ja, cool. Ja, dann in diesem Sinne, dann viel Erfolg und viel Spaß beim Planen und bis zur nächsten Woche. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Tschüss.